Viele kennen Mecklenburg-Vorpommern als Urlaubsland mit breiten Stränden für die schönsten Wochen des Jahres. Viel ist investiert worden, auch außerhalb der Hochsommermonate, sorgt die Tourismusindustrie für Wachstum und Beschäftigung. Doch wir wollen den Blick auf das Handwerk lenken. Folgen Sie uns zunächst in Müllers Bäckerei nach Riebnitz-Dammgarten. Die Firmengeschichte im Schnelldurchlauf. Ich war ja auch mal ein junger Meister. Erst zur See gefahren als Koch, dann meinen Meister als Koch gemacht, wieder zurück von der See. Die Bäckermeister gemacht, Bäckergeselle erst gemacht, dann Meister gemacht. Dann geheiratet, zwei Töchter gekriegt, die eine Konditorin gelernt, um das mal schnell zu erzählen. Die dann wieder raus aus der Konditorei, ist heute Diplom-Mathematikerin, die andere Kleine. Hat Medizin gemacht, von der Medizin wieder zurück und arbeitet heute im Filialbereich bei mir in der Bäckerei. Wir wollen die junge Dame kennenlernen. In einem echten Familienbetrieb steht sie, zusammen mit Mama, in der zweiten Filiale in Zingst, hinterm Tresen und lächelnd gewinnend. Wir haben traditionelle Ladeneinrichtungen, schön mit Holz, verkaufen in Trachten. Außerdem haben wir Kinderbacken, das ist auch immer sehr beliebt, richtig mit Teig ausrollen, halt richtig traditionell. Außerdem mit dem Holzbackofen arbeiten wir hier auch draußen, wo wir auch richtig Blechkuchen drinnen machen, ganz frisch. Ein bisschen mit Sahne und ganz leckeren Warmkuchen. Nicht nur die Urlauber sind vom Konzept begeistert, auch die Einheimischen kommen gern zu Müllers Bäckerei, mittlerweile in der dritten Generation. Und um die Zukunft ist dem jetzigen Chef nicht bange. Gerade wenn es um die Nachfolge geht, dürfen Innovationen nicht vor der Backstubentür Halt machen. Sie müssen den Beruf interessanter machen. Das ist heute nicht nur Backstube und vielleicht eine Verkäuferin im Laden. Sie müssen für die jungen Leute Innovationen schaffen. Das heißt, sie müssen sich öffnen im Verkauf. Wie verkaufe ich? Sie müssen sich auch auf Plattformen öffnen. Ich sage nur Internet, Google, Facebook, was da alles zugehört. Sie müssen modern werden, auch in der Bäckerei. Sie sollten die Tradition nicht vergessen. Das traditionelle Backen, das ist für mich eine entscheidende Komponente, die wir auch in Zukunft für uns Handwerksbäckereien unbedingt nutzen müssen. Sonst wären wir vergleichbar mit Industrien. Das wollen wir nicht. Das dürfen sie nie vergessen. Aber trotzdem müssen sie sich modern ausrichten. Wenn sie das in Einklang bringen für junge Leute, dass die auch modern werden, auch wieder die Familie mit einbeziehen. Ich glaube, dann können sie junge Leute gewinnen und dann können sie auch gegen den Trend schieben. Doch bevor wir die Backstube wieder voller Erkenntnisse verlassen, bekommen wir neben einem frischen Brot noch einen weiteren Tipp mit auf den Weg. Wenn es um die Nachfolge innerhalb der Familie geht, hilft kein Druck. Und wenn sie dann das selber wollen, dann soll man sie auch lassen. Und das ist das Entscheidende. Und da haben wir, glaube ich, auch in der Organisation, in den Meisterbereichen, gerade bei uns selber im Handwerken, großen Bedarf. Das, gucken Sie mich an, ich bin 55, wenn meine Tochter den Betrieb übernehmen soll. Ich bin jetzt 50 und loslassen. Die ist 30. Wenn ich 65 bin, ist die 45. Dann brauchen sie nicht mehr loslassen, dann ist sie losgelassen, dann ist sie nämlich gar nicht mehr da. Und das müssen wir, das können viele nicht, aber das müssen wir unbedingt machen. Wir vom Mittelstandswiki werden sicher in einigen Jahren wieder mal in Müllers Bäckerei vorbeischauen und uns ansehen, ob dieser Wechsel so wie jetzt geplant läuft. Vorerst verlassen wir Rebnitz-Dammgarten in Richtung Rostock. Größeres und anderes Unternehmen, aber gleiches Problem. Eine Personaldienstleistung mit 75 Mitarbeitern sucht hier einen Chef. Der Wechsel an der Spitze scheiterte bislang. Nun übernimmt eine Genossenschaft die Verantwortung. Hier bringen wir die unterschiedlichen Interessen zusammen, also sprich die Leute, die ein Unternehmen übergeben wollen und die Leute, die ein Unternehmen übernehmen wollen. Wir haben uns dafür entschieden, weil dieser genossenschaftliche Charakter ganz einfach aus verschiedenen Gesprächen, aus der Erfahrung heraus, einfach von unseren Kunden nachgefragt wurde. Und aus dem Grunde haben wir uns entschlossen, hier Möglichkeiten für Leute, die sich diesem Thema stellen wollen, beziehungsweise auch anderen Leuten helfen wollen, eine Möglichkeit, eine Plattform zu geben, wie sie das dann realisieren können. Die Vorteile liegen auf der Hand, einige Fakten dazu. Die Genossenschaft ist eine demokratische Form. Unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung hat jedes Mitglied nur eine Stimme. Die Geschäftstätigkeit ist auf wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Zwecke ausgerichtet. Einzelheiten werden in der Satzung festgehalten. Und für die Gründung einer Genossenschaft braucht es kein Mindestkapital. Sie kann bereits von drei Personen oder Unternehmen gegründet werden. Zurück zu unserem Beispiel in Rostock. Die Genossenschaft kauft die Personaldienstleistung. Der künftige Geschäftsführer im Dienste des neuen Eigentümers hat schon verschiedene Pläne. Der Kopf fehlt jetzt, könnte man so sagen. Ich möchte den Kopf einfach ersetzen, vielleicht nicht ersetzen, möchte ein neuer Kopf sein. Ein jüngerer Kopf, vielleicht ein bisschen was, ein bisschen andere Arbeitsweise reinbringen. Vielleicht neue Bereiche erschließen, wo wir weiterhin tätig werden können oder zusätzlich tätig werden können. Und so auch, um den Geschäftserfolg ein bisschen noch weiter zu verbessern, zu expandieren. Das alles sind Absprache mit der Genossenschaft. Und mal sehen, was dabei passiert. Das werden wir sehen. Auch hier werden wir mit der Kamera wieder vorbeischauen. Wahrscheinlich schon in Kürze, wenn der Wechsel in der Chefetage vollzogen ist. Ausführliches zu dem Thema gibt es auch im Podcast unter mittelstandswiki.de. Ausführliches zu dem Thema gibt es auch im Podcast unter mittelstandswiki.